Lehman Brothers, die damals viertgrößte Investmentbank der Welt, die als too big to fail galt, meldete am 15. September 2008 Insolvenz an, die bis dato größte Pleite der US-Geschichte. Ihr Untergang beschleunigt die globale Finanzkrise, die sich ab da auf die ganze Welt ausbreitet und bis heute folgen für die deutsche Wirtschaft an. Aber wie konnte es zu so einer Katastrophe kommen? Mehr als 25.000 Angestellte verloren durch die Lehman-Pleite ihren Job. Zum Vergleich, Wirecard hatte gerade mal ca. 1300 Angestellte. Was waren also die Ursachen? Wer die Gewinner sowie die Verlierer der Krise? Und wieso hat die Krise nach 15 Jahren immer noch Auswirkungen auf uns heute? Wenn ihr Leute in den Kommentaren von Finanz-Meme-Seiten fragen würdet, was die 2008 Finanzkrise ausgelöst hat, würden die meisten einfach sagen, die Immobilienblase. Und das würde auch stimmen. Aber natürlich ist da mehr. Um diese hochkomplexen Zusammenhänge zu verstehen, welche dann zur besagten Immobilienblase geführt haben, müssen wir uns die verschiedenen Voraussetzungen erstmal anschauen. Fangen wir mit den politischen Voraussetzungen an. Da gibt es zwei wichtige und für beide müssen wir zurück in die 90er. Bei der ersten geht es um Subventionen von Steuergeldern. Also quasi. Die Regierungen unter Bill Clinton und später unter George W. Bush wollten gering verdienen, was Gutes tun und förderten den Eigenheimerwerb für sozial schwache Schichten. Hört sich erstmal lobenswert an. Getan wurde das mit dem Community Reinvestment Act. Wie genau funktioniert das? Nun, man macht es Banken leichter, Kredite an Leute in einkommensschwachen Stadtvierteln zu vergeben und Hypothekenzahlungen für diese steuerlich zu begünstigen. Weißt konkret? Einkommensschwache Haushalte bekommen einfache Kredite für ihre Häuser, weil der Staat diese steuerlich fördert. Das allein hat aber noch nicht gereicht, denn jetzt bei der zweiten Voraussetzungen kommen die Investmentbanken ins Spiel. Es war nämlich bis dahin verboten, dass Banken gleichzeitig als Geschäftsbanken, Investmentbanken und Versicherungsgesellschaften auftreten. Das hatte man mal nach der großen Depression 1933 eingeführt, damit zum Beispiel die normale Bank, bei der Opa Friedl sein Bargeld einzahlt und die Bank, die mit Hebelprodukten an der Wall Street hantiert, keine Interessenkonflikte haben. Aber dann kommt dieser Akt hier in 1999 und man sagt sich, solchen altmodischen Quatsch braucht man nicht mehr. Das US-Trennbankensystem wurde abgeschafft. Alle Finanzinstitute können von nun an mit voller Kraft nach vorne gleichzeitig als Investmentbank, Geschäftsbank und Versicherungsgesellschaft auftreten. Er hat grob gesagt, Banken können leichter Geld verleihen und werden weniger reguliert. Fehlt noch eine Zutat. Als die New Economy im Jahr 2000 mit der Dotcom-Blase platzt, senkt die US-amerikanische Zentralbank Federal Reserve den Leitzins drastisch. Dieser erreicht 2004 einen historischen Niedrigsatz von einem Prozent. Damit liegt der Leitzins unter der Inflationsrate, was heißt, dass das traditionelle Sparen durch Zinsen auf das Bankguthaben Quatsch geworden ist. Man verliert Geld, wenn man Geld auf dem Sparbuch liegen lässt. Ähnlich wie heute. Das hintere Zinsniveau begünstigt dann die Aufnahme von Krediten und ratet mal, wo das Geld dann hinfließt. Genau, in Immobilien, weil die sind ja bombensicher, wie wir wissen. Und dieser Trend führt uns dann zum nächsten Faktor, der Kreditvergabe. Durch die staatliche Förderung für Geringverdiener und die Kredite ist mehr Geld im Markt, was die Preise nach oben treibt. Die Immobilienpreise steigen jetzt jedes Jahr rasant. Die Euphorie für Anlassbanken dazu, die Eigenkapitalquote bei Immobilienkrediten drastisch zu senken. Leute brauchen also weniger Geld als Sicherheit, um einen Kredit für ihr Haus zu beantragen. Immobilien können ja im Wert nur steigen, wie wir sehen. Also sind diese sicher. So wird das Ausgeben neuer Kredite an bonitätsschwache Haushalte zu einem risikoarmen Geschäft, weil im Falle eines Kreditausfalls die Immobilie ja als Sicherheit besteht. Und wir wissen ja, Immobilien können nur steigen, also ist diese wertvoll. Diese Kredite mit niedriger oder ohne Eigenkapitalbeteiligung sind sogenannte Suprime-Hypotheken. Können mit flexen, wenn der SNESM auf irgendeinem Finance-Pro trifft. Aufgrund der Marktentwicklung werden diese Suprime-Hypotheken an Masten an Leute vergeben, die normalerweise aufgrund zu schlechter Bonität abgelehnt worden wären. Den Banken reicht das aber nicht. Sie wollen noch mehr Geld verdienen. Man sieht ja die Entwicklung am Immobilienmarkt und überlegt sich, wie man die Kuh noch weiter melken kann. Schlaue Köpfe erfinden dann komplexe Anlageprodukte, die diese Kreditanforderungen der Kunden bündeln und an andere Firmen weiterverkaufen. Dazu aber später mehr im Detail. Es gibt nämlich auch neue Produkte für die Kunden, also B2C. Er werden Konsumentenkredite mit variablen Zins, sogenannte Adjustable Rate Mortages, angeboten. Weil die Produkte für die Banken lukrativer sind, werden diese dementsprechend auch stärker beworben. Die Spitze bilden dann die sogenannten Ninja-Kredite. Ninja steht hierfür nur Income, no Job, no Asset. Hierbei benötigen die Kreditnehmer keinen Nachweis über Einkommen, Job oder irgendwelche anderen Vermögenswerte und können trotzdem Kredite für Immobilien beantragen. Ja, genau diese Produkte sorgen dann beim späteren Ansteigen des Zinsniveaus im Jahr 2006 zu unfinanzierbarem Kreditraten für die Käufer und dann letztendlich zur Zwangsversteigerung. RIP. Aber da sind wir ja noch nicht. Die Party ist noch voll im Gange. Noch ne kurze Anmerkungen, um die Nerds unter euch glücklich zu machen. Eine weitere Ursache für das Highlife in den 2000ern ist das mangelnde Eigenkapital der Banken bei einer gleichzeitig hohen Fremdverschuldung, also der Leverage Rate. Manche von euch haben sicherlich im Rahmen der Krise von Mortage-backed Securities oder CDOs gehört und keine Ahnung, was es eigentlich ist. Nun ist es eigentlich recht einfach und auch wichtig, um die Konsequenzen richtig zu verstehen. Pontus Rehndal, ein Makroprofessor, der an der LSE, der University of Cambridge und jetzt auch an der Kopenhagen Business School lehrt. Let's start with MBS. MBS is an abbreviation for mortgage-backed securities. That's what it means. And the idea is the following, that suppose that I go to a bank and I want to get a loan to purchase a house. That's that type of loan we call a mortgage. Aber das war noch nicht alles, denn jetzt kommt die Genialität der Finanzexperten ins Spiel. And here comes an entrepreneur, a financial entrepreneur, Kevin. Kevin says the following, I'm gonna buy mortgages from Texas, I'm gonna buy mortgages from California, I'm gonna buy mortgages from Boston, from Germany, from Spain, a little bit everywhere. But just a little bit everywhere. And buying them basically means you go to the bank and you says, you as a bank, you own this mortgage. Do you mind selling it to me? What does that mean? It means that you pay the bank a certain amount of money. You get the right to receive mortgage payments and interest payments to you. So now Kevin does this for a bunch of banks, maybe a hundred different banks in the United States, spanning the whole country. And he converts that into an asset of its own, which we call a mortgage-backed security. Mit diesem Päckchen an mortgage-backed securities geht der Finanzentrepreneur Kevin jetzt zu den Banken und verkauft es ihnen. Und weil ein, ja, mortgage-backed security viele kleinere Kredite aus unterschiedlichen Orten beinhaltet, ist das Risiko kleiner. Genau wie bei einem guten Aktienportfolio. Maybe you don't want to put all your savings money into Apple-Stock or Amazon-Stock. You want to hold a little bit of everything. Und was sind diese CDOs, von denen wir gesprochen haben? It's exactly the same thing, but instead of having mortgages being the underlying asset, it is bonds, normally corporate bonds. Das Ergebnis davon, die Summe der Hypothekenkredite steckt von 180 Milliarden US-Dollar im Jahr 2001 auf 625 Milliarden US-Dollar im Jahr 2005, was zu einem Immobilienboom mit rasanten Preiseinschick der Häuser führt. Und wie ihr jetzt schon wisst, vergeben die Banken immer leichtfertige Kredite, wodurch wieder eine erhöhte Nachfrage auf dem Immobilienmarkt entsteht. Quasi ein Teufelskreis, der sich selber befeuert. Jetzt kommen wir aber zum Helden, oder besser gesagt Anti-Helden unserer Geschichte. Denn ein Name ist bisher noch nicht gefallen, den aber selbst der allerletzte Soziologie-Schüler unter euch schon mal gehört hat. Lehman Brothers. Die Bank, die im Zusammenhang mit der Krise immer wieder genannt wird und über die zahlreiche Dokus gedreht wurden. Doch hinter dieser Bank steht ein Mann, der hauptsächlich für die komplette Eskalation der Krise verantwortlich gemacht wird. Ein Psychopath par excellence, der genau weiß, worauf es im Leben wirklich ankommt. Geld und Macht. LOL. Lehman Brothers war eigentlich bis Ende der 80er eine normale, langweilige amerikanische Bank. Nachdem aber Richard Fult Mitte der 90er die Leitung von Lehman übernahm, fokussierte man sich eher auf den Handel mit den risikoreicheren und komplexeren Finanzprodukten wie den eben erwähnten Mortgage-Backed Securities und den CDOs im Immobilienmarkt. Das alles reicht aber nicht. Mit den Hypotheken lassen sich Milliarden verdienen. Man muss also einen Weg finden, das Geschäft zu beschleunigen. Man braucht einfach mehr. Um effizienter an die Hypothekenkredite zu kommen, kauft Lehman Brothers 1999 die Delaware Savings Bank und zwischen 2003 und 2004 fünf weitere Hypothekenfinanzierer auf. Diese Investitionen sind in den ersten Jahren sehr rentabel für die Bank. Hypotheken für Immobilien boomen ja. Durch das Immobiliengeschäft von Lehman steigen allein die Einnahmen der Kapitalmarktabteilung in nur zwei Jahren um 56 Prozent. Der Plan geht also auf. Aufgrund dieses enormen Wachstums in kurzer Zeit hat Fult eine geniale Idee. 2006 ändert die Bank ihre Unternehmensstrategie drastisch. Das heißt quasi All-In in Immobilien. Jetzt wird nur noch in den Immobilienmarkt investiert. Entweder direkt durch Aufkäufe, ganze Immobiliengesellschaften oder indirekt durch die Hypotheken. Und er sollte Recht behalten. Lehman verbrieft allein 2006 Hypotheken im Wert von 146 Milliarden US-Dollar. Seine Bank meldet fast jedes Jahr kontinuierlich Rekordgewinne. Von 2000 bis 2006 übertrifft das Umsatzwachstum von Lehman mit 130 Prozent das seiner größten Konkurrenten, Goldman Sachs und Morgan Stanley. Während seiner Amtszeit als CEO steigen die Gewinne der Bank um 600 Prozent. Fult steht nun an der Spitze eines der größten und schnell wachsendsten Unternehmen der Welt, in einer der größten und kompetitivsten Branchen der Welt. Er ist der Mann im Haifischbecken der globalen Finanzbranche. Doch wer hoch steigt, der kann tief fallen. Das Klima an den Märkten scheint sich 2007 zu ändern. Als es zu den ersten Ausfällen der Hypothekenkredite kommt, fallen in dessen Folge die Immobilienpreise. Erste Häuser müssen sogar zwangsversteigert werden. Die Geschäftsführung von Lehman Brothers scheint das aber nur für ein kurzfristiges Phänomen zu halten. Ihre Strategie war ja in den letzten Jahren so erfolgreich. Klar, gut, es gibt vereinzelt Rücksetzer, aber gesamt betrachtet sind Immobilien doch sicher. Überzeugt von ihrer Strategie wird die kurze Korrektur in den Märkten genutzt. Fult denkt sich wahrscheinlich buy the dip und greift tief in die Taschen, um noch tiefer in den Immobilienmarkt reinzugehen. Im Oktober 2007 kauft Lehman Brothers den Arkstone Real Estate Investment Trust, den größten Wohnimmobilien Real Estate Investment Trust in den USA, für 22 Milliarden US-Dollar. Eine der größten Transaktionen in der Geschichte von Lehman. Aber nicht nur das, Lehman erwarb und zeichnete über das gesamte Geschäftsjahr 2007 mehr Mortage-backed Securities als jedes andere Unternehmen. Hierdurch wurden zum Ende des Jahres Vermögenswerte und Wertpapiere im Wert von 111 Milliarden US-Dollar nur im Bereich der Gewerbe- und Wohnimmobilien gezeichnet. Mehr als doppelt so viele wie noch Ende 2006. Lehman ist es also wirklich all-in gegangen und steckt bis zu den Eiern im Immobilienmarkt. Aber Fult sollte trotzdem recht behalten mit seiner Strategie. Trotz der Rückschläge an den Märkten und der Abstufung von Mortage-backed Securities und CDOs, die Lehman im großen Ziel hält und handelt, meldet die Bank im selben Jahr einen Rekordgewinn und zahlt alleine mehr als 700 Millionen US-Dollar Boni. Und das ist nur die Zahl für ihre Top-50-Manager. Fult behauptet also seine Stellung an der Spitze. Aber naja, 2008 werden die Rückschläge härter und der Immobilienmarkt fällt rapide. Nur sechs Monate später, im zweiten Quartal 2008, als sich die Märkte nochmal verschlimmern, weist Lehman erstmals seit Börsengang Verluste auf der Bilanz aus. Also die Kacke fängt langsam an zu dampfen. Gründe hierfür sind, neben den Massen an Mortage-backed Securities und den CDOs, die ja noch im Vorjahr in Massen gekauft wurden und nun jeden Tag neue Verluste einbringen, auch die extrem hohe Rate an Fremdverschuldung mit 35 zu 1. Immobilien und neue Firmen kauft man halt auf Schulden. Das ist aber schlecht in der Krise, wenn die Zinsen steigen. Richard Fult gibt am 10. September 2008 öffentlich bekannt, dass Lehman für das dritte Quartal einen erneuten Verlust von 3,9 Milliarden US-Dollar erwartet. Da aber das ganze Fremdkapital der Bank, also die Schulden zum größten Teil der Immobilien gebunden sind und der Häusermarkt sich im freien Fall befindet, kommen erste Kritikstimmen der Aktionäre auf, denn diese sehen wahrscheinlich den Immobilienmarkt als nicht ganz so zu 100% sicher wie die Lehman-Geschäftsführung. Lehman steckt aber halt eiertief im Immobilienmarkt. Dieser ist aber quasi tot und jeder weiß es, denn auch die Konkurrenten, also die anderen Banken, machen enorme Verluste mit ihren Immobilienassets. Die Geschäftsführung sieht den Punkt und wahrscheinlich merken sie in dem Moment, dass Immobilien nicht zu 100% sicher sind wie all die Jahre angenommen. Also muss eine Lösung her. Und zwar schnell. In den nächsten Monaten unternimmt Fult Annäherungsversuche bei einer Reihe von potenziellen Käufern für die Immobilienassets. Alle erfolglos, denn die anderen haben gerade selber genug Probleme mit ihren eigenen Assets in diesem Segment. Die Konsequenzen? 1. Septemberwoche 2008. Aktienmärkte weltweit sind massiv unter Druck. Fult hat aber eine neue Strategie. Einfach einen Teil der Vermögensverwaltung und der bösen Immobilien ausgliedern oder verkaufen. Ja, geht aber nicht auf, weil sie steckt einfach zu tief im Immobilienmarkt. Und die Lehman-Aktie stürzt daraufhin um 77% ab. Dann halt eine andere Strategie. Ein strategischer Partner, der die Bank rettet, namentlich die Korea Development Bank, also die südkoreanische Staatsbank. Diese Hoffnungen werden am 9. September aber auch schnell zunichte gemacht, als die Bank die Gespräche mit Lehman beendet, was wieder zu einem Kusssturz der Aktie führt. Lehman ist also eine heiße Kartoffel, die niemand in der Hand halten mag. Fult sieht den einzigen letzten Joker, den er noch auf Tasche hat. Angesichts der Verluste in der dritten Quartalsbilanz 2008 kündigen sie nämlich eine umfassende strategische Unternehmensrestrukturierung an. Ja, quasi einen Haufen von Leuten raushauen und ein bisschen Prozesse auf Vordermann bringt. Klingt nach außen hin immer gut und kommt vielleicht bei Investoren gut an und schafft vor allen Dingen Zeit. Die Ratingagentur Moody's Investors Service prüft daraufhin die Kreditwürdigkeit von Lehman und kommt zu dem Ergebnis, dass die einzige Möglichkeit für Lehman zu überleben, der Verkauf von einem strategischen Partner wäre. Aua. Da die ganzen gehaltenen Positionen, die direkt oder indirekt auf dem Immobilienmarkt basieren, von Lehman aber weiterhin jeden Tag rapide an Wert verlieren, gerät die Bank zunehmend in Handlungszwang. Die viertgrößte Investmentbank der Welt braucht also jemanden, der sie übernimmt. Und zwar besser gestern als morgen. Es kommt zum Shoutdown der Giganten in New York. Am 12. September 2008 treffen der US-Finanzminister Henry Paulson und der Leiter der Federal Reserve Bank von New York auf die Vorstände der zwölf größten Investmentbanken. Die Konferenz wird das ganze Wochenende dauern. Es sind wahrscheinlich die einflussreichsten Männer der globalen Finanzwirtschaft anwesend und sie werden mit ihren Entscheidungen an den Tagen die gesamte Weltwirtschaft kurz- bis mittelfristig beeinflussen. Sie haben das Schicksal von Lehman und womöglich der gesamten US-Wirtschaft in der Hand. Zu Beginn der Konferenz wird vom amerikanischen Christian Lindner klargestellt, dass es keine Rettung der Banken mit Steuergeldern geben wird. Damit ist der Ton schon mal gesetzt. Und wenn ihr mich fragt, sah das Ganze so aus. Fult traut dem Ganzen nicht. Auf die Politiker und Konkurrenten, die er alle Jahre outperformt hat, will er sich meiner Meinung nach nicht verlassen. Deswegen hat er einen eigenen Plan. Denn deswegen sind Manager von Lehman Brothers, der englischen Barclays Bank sowie der Bank of America nicht auf dieser historischen Konferenz anwesend. Sie reden in der Zwischenzeit über eine potenzielle Übernahme von Lehman durch eine der Banken. Aber nicht nur die Banken. Manager von Lehman fragen parallel an diesem Wochenende auch Warren Buffett nach einer potenziellen Übernahme. Denn diese hat selbst in Krisenzeiten ordentlich Cash und kann daher ein letzter Ausweg sein. Sie schicken ihm die Deal-Details auf sein Handy und warten. Und warten. Und es kommt nix. Ja, blöd nur, dass Buffett gerne einen Fax gehabt hätte, die Lehman-Manager ihm aber die Deal-Details auf sein Handy geschickt haben. Buffett ist aber der absolute Boomer und kann sein Handy nicht bedienen. Deshalb sieht er erst ein Jahr später die SMS, als seine Tochter sein Handy bedient. Es ist wirklich so passiert, aber er sagt im Nachhinein auch, dass es zu viele Red Flags im Deal gab und er eh nicht akzeptiert hätte. Aber zurück zum besagten Wochenende. Da die Bank of America schon einen Deal zur Übernahme mit der strauchelnden Investmentbank Merrill Lynch abgeschlossen hat, banen diese sehr schnell die Verhandlungen. Die sind also schon mal raus. Und was ist mit Barclays? Mit den Engländern scheint es zu klappen. Es gibt nur ein Problem. Der Deal ist so groß, dass quasi die britische Regierung ihr Go geben muss. Die Verhandlungen dauern auch hier das ganze Wochenende. Am Sonntag, den 14. September 2008, fällt die Entscheidung. Die britische Finanzaufsicht teilt mit, dass sie einer Übernahme durch Barclays nur zustimmen kann, wenn es Garantien durch die US-Regierung gibt. Okay, der US-amerikanische Finanzminister Henry Paulson ist aber dazu, genau, nicht bereit. Auch nach harter Verhandlung bleibt er bei seiner Position. Der Sonntag geht also ohne Einigung vorbei. Am Montag, den 15. September 2008, meldet Lehman Brothers offiziell Insolvenz an. Die bis dato größte Insolvenz in der US-amerikanischen Geschichte. Richard Fult ist geschlagen. Aber ist es nur seine Schuld? Dass das US-Finanzministerium unter Henry Paulson Lehman als einer der größten Investmentbanken nicht rettete, wird später als einer der größten ökonomischen Fehler des 21. Jahrhunderts von mehreren Wirtschaftswissenschaftlern bezeichnet. Es gibt, wie immer, nicht nur einen Grund für die Nichtrettung. Aber wie immer spielt Geld natürlich eine große Rolle. Auf der einen Seite wurde die vorherige Rettung von Bear Stearns, eine andere krisselnde Bank mit Steuergeldern, von der Presse und Öffentlichkeit sehr, sehr kritisch gesehen. Daher die Position, es gibt keine Rettung mit Steuergeldern mehr. Auf der anderen Seite wurde nur einen Tag später, also am Dienstag, der Versicherungskonzern American International Group, also AIG, mit 150 Milliarden US-Dollar Steuergeldern gerettet. Also genau das, was Paulson ja sagte, wird nicht passieren. Manche vermuten auch, dass es eine Rolle spielt, dass Paulson vor seiner Zeit als US-Finanzminister bei Goldman Sachs war, also einem der Hauptkonkurrenten von Lehman Brothers und der deshalb die Bank scheitern sehen wollte. Kann sein, muss aber nicht. Infolge der Lehman-Pleite beginnt eine Art Domino-Effekt aus Marktunsicherheiten, gesunkenen Konsumausgaben und Einbrüchen im Export, welcher dazu führt, dass seit März 2008 weltweit über 20 Millionen Menschen ihren Job verlieren, allein mehr als 6 Millionen in der EU und auch viele zuvor gesunde Unternehmen in finanzielle Schwierigkeiten geraten. Eines von ihnen ist die Hypo Real Estate, die HRE, eine der größten deutschen Immobilienbanken. Ja und da wir jetzt schon Experten für den amerikanischen Immobilienmarkt sind, könnt ihr euch sicherlich denken, dass wer die größte Volkswirtschaft der Welt Probleme hat, die dritte oder vierte größte Volkswirtschaft, also Deutschland, damit auch zu kämpfen hat. Die Hypo Real Estate hat nämlich auch noch ziemlich große Positionen im amerikanischen Immobilienmarkt. Im Oktober 2008, also einen Monat nach Lehman, fängt hier die Kacke an zu dampfen. Aber lange Rede, kurzer Sinn, das Video ist eh schon zu lange, die Regierung hat mit der Bundesbank das Ding gerettet. Auch normale deutsche Banken sind von der Krise betroffen, denn die ganzen tollen neuen Produkte, die wir kennengelernt haben, die schlaue Menschen in den amerikanischen Banken entwickelt haben, müssen ja zu Deutschen dumm finden, der sie kauft. Ach, moin! Die Commerzbank erlitt erhebliche Verluste durch ihre Beteiligung an US-amerikanischen Supreme-Hypotheken und musste schließlich teilweise verstaatlicht werden. Eine weitere Branche, die betroffen ist, die Autobauer. Da hat's nämlich fast Porsche zerlegt. Wenn euch diese Story interessiert, guckt mal hier oben. Aber auch Opel. Infolge des Abschwungs und der Liquiditätsengpässe beim Mutterkonzern General Motors gerät Opel 2009 in Schwierigkeiten und benötigt auch staatliche Hilfen. Die Konsequenzen der Krise spürt man noch heute. Private Market Fundraising hat sich nach 2008 in Europa viel langsamer erholt als in den USA. Was heißt das? Das heißt, dass es bei uns länger gedauert hat, bis Investoren wieder Vertrauen in so Spielereien wie Private Equity oder Venture Capital hatten. Somit wurde viel weniger in junge und teilweise innovative Unternehmen investiert als in den USA. Und weniger Investitionen in die Zukunft ist nie ein besonders gutes Zeichen. Die Konsequenzen der finanziellen Krise sind noch immer noch in besonders in der Süden Europäischen Union. Alles in allem führt die Finanzkrise in Deutschland und weltweit zu umfangreichen Regulierungsänderungen im Bankensektor. Der Basler Ausschuss für Bankenaufsicht reagiert mit der Einführung von Basel III in einem umfangreichen Set an Reformen, der darauf abzielt, die Regulierung, Aufsicht und Risikomanagement-Praktiken im Bankensektor zu stärken. In den USA gibt es den Dodd-Frank-Act von 2010, welcher auch versucht, die Banken ein bisschen zu zähmen. Die Federal Reserve hat jetzt mehr Macht und führt auch ab und zu Stresstests durch. Und die Banken? Naja, viele haben augenscheinlich die Krise bestens überstanden. Gewinne auf All-Time-Highs, Boni sprudeln wie Champagner und die Banken-Elite ist noch exklusiver als ein VIP-Bereich auf einem Rammstein-Konzert. Wenn ihr euch dafür interessiert, warum gerade in Deutschland die Mietpreise so explodieren, guckt mal hier bei MrWissen2go vorbei. Wenn ihr euch für die Geschichte einer anderen Finanzkrise interessiert, findet ihr hier unser Video über die Dotcom-Bubble Anfang der 2000er.